Ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Preis. Es ist der Bobby Medienpreis, den ich bisher kannte, weil ich immer Kai Pflaume dafür bewundert habe, dass er ihn bekommen hat. Und jetzt halte ich ihn in den Händen und freue mich wie Bolle. Ich bekomme diesen Preis für eigentlich nichts, weil ich interviewe Menschen. Nathalie Detrue habe ich interviewt, aber wenn sie nicht erzählen würde, würde ich einen Preis auch nicht bekommen. Und ich bekomme diesen Preis auch, weil ich in Wahrheit etwas möglich gemacht habe, woraus ich gelernt habe, anstatt als Produzentin einen Film auf den Weg zu bringen. Ich habe gelernt von Manuel, der nach Australien gereist ist, der sich über alle Widerstände, über Grenzen hinweggesetzt hat und ein Abenteuer gewagt hat und damit uns allen gezeigt hat, dass es gut ist, manchmal Bedenken hinten anzustellen und eine Reise zu wagen, ein Ziel zu erreichen, das man vielleicht vorher nicht hatte. Er ist für Manuel und für Nathalie und er ist für Julius, der mit Manuel die Reise und das Abenteuer nach Australien unternommen hat. Er ist für Carsten Stormer, den Filmemacher, der uns überhaupt diese beiden jungen Menschen in die Firma gebracht hat. Wir, die Vincent, wir sind sehr stolz, dass wir diesen Film, diesen Mehrteil auf den Weg gebracht haben und jetzt auch noch dafür mit diesem Preis ausgezeichnet werden. Ich übergebe den gleich wieder an Julius, an Manuel und Nathalie. Vielen Dank.